Herzlich Willkommen zu diesem Grundlagenvideo über Helu. In den nächsten Minuten soll es vor allem um die elementaren Funktionen von Helu gehen. Dazu habe ich bereits ein Demokonto angelegt, inklusive einiger Berichte für verschiedene Zwecke und Anwendungsszenarien. Aber bevor wir mit den eigentlichen Berichten starten, wollen wir uns als erstes anschauen, wie die Daten überhaupt zu Helu kommen. Das ist zum Glück ganz einfach. Du kannst in DATEV einen sogenannten Export für die Vorabprüfung machen. Solltest du selber mit DATEV arbeiten, kannst du das schnell selbst erledigen oder du bittest euren Steuerberater dir den entsprechenden Datensatz zu exportieren. Egal wie du vorgehst, der Prozess ist immer derselbe und besteht aus vier einfachen Schritten. Und wenn du deinen Steuerberater fragst, sollte er in 99 Prozent der Fälle wissen worum es geht. Wenn du eine genauere Anleitung zum Nachlesen oder Weiterleiten brauchst, findest du diese auf unserer Webseite unter DATEV Export Tutorial. Die fertige Datei kannst du dann einfach in das blaue Feld oben ziehen oder von deinem Computer aus hochladen. Im Anschluss verarbeiten wir die Daten und stellen sie dir und deinem Team in verschiedenen übersichtlichen Berichten zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit, eure Daten automatisch abzurufen, ist DATEV Connect. Da dessen Einrichtung von Fall zu Fall unterschiedlich ist, können wir die Details hierzu gern in einem persönlichen Gespräch durchgehen. Jedenfalls ist der klare Vorteil von DATEV Connect, dass du keinen manuellen Aufwand mehr mit dem Import von Daten aus DATEV in Helo hast. Egal für welche Methode du dich entscheidest, das Ergebnis ist immer dasselbe. Deine Zahlen sind nun in den Berichten in Helo verfügbar, zum Beispiel in diesem Plan, Versus ist Vergleich. Du siehst hier jetzt nicht nur die monatliche Gegenüberstellung von Plan- und Istwerten, sondern auch diverse individuelle Gruppierungen der relevanten Sachkonten. Beginnen wir aber von vorn, nämlich mit der Erstellung eines Berichts in Helo. Wir starten mit einem Klick auf Gewinn und Verlust, mit einer klassischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gib deiner GUV einen passenden Namen und wähle einen Datumsbereich aus. Bei mir ist es Januar bis Dezember 2021. Danach klicke ich noch auf Budget hinzufügen, denn im Anschluss möchte ich gern sehen, ob meine aktuellen Zahlen noch mit dem Budget übereinstimmen, das ich zuvor hochgeladen habe. Fertig. Du solltest jetzt sehen, dass in unserem Bericht schon sehr viel für dich vorbereitet ist. Das heißt, es existiert bereits eine gewisse Logik, nach der deine Sachkonten gruppiert sind. Umsatzerlöse findest du entsprechend in der Erlösgruppe. Klappst du diese auf, erscheinen dir direkt die einzelnen Sachkonten, und wenn du erneut auf eines der Konten klickst, kannst du alle Einzelbuchungen dieses Kontos einsehen. Diese Zahlen sind immer so aktuell wie dein Datensatz aus DATEV und stellen daher eine Spiegelung deiner DATEV-Daten dar. Ohne diesen vorgefertigten Bericht groß zu verändern, kannst du jetzt nachschauen, was genau in welches deiner Konten gebucht wurde, ob die angezeigten Salden Sinn ergeben, ob sie mit deiner Vorbuchhaltung übereinstimmen und ganz allgemein, ob alles seine Richtigkeit hat. Der spannendste Teil von Helu beginnt aber erst dort, wo du dir deine Berichte individuell zusammenstellst. Hierfür stehen dir mehrere Wege offen. Du kannst Konten einfach per Drag & Drop aus ihren Gruppierungen herauslösen und verschieben. Du kannst neue Gruppierungen erstellen oder ganze Sachkonten einfach entfernen. Ich habe gerade dieses eine Konto aus der Umsatzerlösgruppe herausgelöst und erstelle jetzt einfach eine neue Gruppe. Nennen wir sie Gruppe 1 und schiebe unser einzelnes Konto im Anschluss in diese neue Gruppierung hinein. Somit habe ich schon damit begonnen, meine eigene Berichtsstruktur anzulegen. Genauso leicht kannst du einzelne Konten oder ganze Gruppierungen entfernen. Sei es, weil sie für deinen Bericht nicht relevant sind oder bestimmte Konten einfach nicht bebucht werden. Wenn du einzelne Zeilen zwar berechnet aber nicht angezeigt haben möchtest, kannst du diese Alternativ zum Löschen auch einfach ausblenden. Wie du siehst gibt es einige Möglichkeiten deine Report-Ansicht so zu konfigurieren, wie du sie brauchst. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Spalten. Du kannst weitere Spalten hinzufügen, nicht nur monatsweise, sondern auch quartalsweise oder jahresweise. Ebenso lassen sich Budget-Spalten ganz nach Bedarf einfügen. Die müssen natürlich nicht immer abwechselnd dargestellt werden. Du kannst auch einmal am Anfang das Budget für das ganze Jahr haben und danach alle Ist-Werte. Oder du mixt und matchst dir deine Spalten so wie es dir beliebt. So baust du dir, nach und nach, deinen individuellen Bericht auf. Du kannst das in kleinen Schritten tun, indem du zum Beispiel unsere vorgefertigten Berichte nur etwas umstrukturierst oder deine Plandaten hinzufügst. Oder du hast vielleicht schon eine fertige Tabelle in Excel, die du hier nun ganz einfach nachbauen kannst. Ohne die üblichen Excel-Probleme wie Formelfehler oder manuellen Dateninput. Selbstverständlich gibt es auch noch ein paar fortgeschrittenere Funktionen, die ich hier nur kurz anstreifen möchte. Da wäre zum einen die Funktion nach Kostenstellen filtern zu können und zum anderen die Pivot-Tabellen, die noch viel mehr möglich machen als einfache Tabellen. Hier können wir die bisherige Struktur von der Zeitebene in den Spalten und der Sachkontenebene in den Zeilen durchbrechen. Du könntest hier jetzt auch zum Beispiel nach Debitoren und Kreditoren auswerten, nach einzelnen Kostenstellen und noch viel mehr. Solltest du hierbei Hilfe brauchen oder Fragen haben, ob sich ein bestimmtes Projekt so in Helo realisieren lässt, wie du es dir vorstellst, dann stehen wir dir natürlich jederzeit mit helfender Hand zur Seite. In diesem Video geht es aber erstmal nur um die Grundlagen. Jetzt zeige ich dir noch kurz, dass alle Funktionen, welche wir gerade im Gewinn- und Verlustbericht gesehen haben, auch genauso in der Bilanz vorhanden sind. Ich nenne meine neue Bilanz ganz kreativ, Bilanz neu. Wähle wieder den entsprechenden Zeitabschnitt aus. Das gesamte Jahr 2021. Und erstelle mir so eine neue Bilanz für dieses Jahr. Und kann jetzt, wie auch vorher, die Konten verschieben, die Gruppen anpassen und mir den Bilanzbericht so zusammenbasteln, wie er mir am nützlichsten erscheint. Einfach um dir mal ein paar Ideen zu geben, was man mit Helo alles machen kann. Zum Beispiel eine Bilanz nach Handelsrecht, die immer mit den neuesten Zahlen gefüttert ist. Oder der klassische Fall, dass man sich ein Working Capital errechnen möchte, das kannst du ebenfalls in einer Bilanz erledigen. In der PNL kannst du auch individuelle Berichte zum Beispiel nur fürs Marketing oder die Bank machen. Du kannst dir verschiedenste Budgets anschauen. Hier zum Beispiel Approved Budget nach einem Investoren-Meeting. All diese Sachen kannst du in verschiedensten Berichten abbilden. Und das Schöne daran ist, all deine Berichte bleiben immer aktuell. Du lädst die neuen Zahlen rein. Und jeder Bericht updatet sich ganz automatisch von selbst. Alle auf einen Schlag. Du machst dich damit nicht mehr von dieser manuellen Pflege abhängig und musst keine Zeit darauf verwenden, alte Berichte zu konsolidieren. Nicht weniger spannend ist dein Cashflow-Statement. Lass es mich kurz aufrufen. Im Grunde ist es ein Abbild von dem, was sich auf deinen Konten bewegt hat. Du siehst hier wieder diese einzelnen Gruppen, auf deren unterster Ebene sich die Cash-Konten befinden. Bei mir sind das Geldtransit, Amazing Bank und Pleo. Und die erscheinen in jeder Gruppe, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Cash-Bewegungen wieder. Nicht unerwähnt lassen, weil er eben so spannend ist, will ich den Liquiditätsmonitor, der auf deinen Cashflow-Daten basiert. Den zeige ich dir jetzt zum Abschluss auch noch. Unten siehst du wieder den Cashflow-Bericht und oben, das Diagramm, zeigt dir den Cashflow, so weit vorhanden, als schwarze Linie und den Rest gestrichelt, als Projektion in die Zukunft. In meinem Fall siehst du jetzt hier in grün ein Investment, und dann folgt die Linie der typischen Burnrate für dieses Unternehmen, bis ihm im Juli 2022 theoretisch das Geld ausgeht. Du siehst also, wie du dein Geld verbrauchst, wo du Probleme bekommen könntest, oder dass diese Probleme ausbleiben, weil du einen sehr stabilen Cashflow hast. Kommen wir am Ende noch zu einer unserer neuesten Funktionen, unseren Dashboards, in denen du dir KPIs grafisch darstellen lassen kannst. Schauen wir uns zuerst einmal an, wie du KPIs überhaupt erstellen kannst. Dafür stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. In der Dashboard-Übersicht gibt es dazu oben links einen entsprechenden Button, im KPI-Menü gibt es ebenfalls einen entsprechenden Button. Aber richtig cool ist die Option, direkt in deinen Berichten bestimmte Zeilen als KPIs zu definieren. Dafür fährst du in deinem Report einfach über die Zeile deiner Wahl, hier zum Beispiel Vertriebskosten, und wandelst diese mittels des Dreipunkt-Menüs in eine KPI um. Einmal kurz neu laden und dann liegt diese Zeile und alle sich darunter befindenden Konten in unserer KPI-Übersicht ab. Was kannst du jetzt alles mit dieser Kennzahl machen? Zum einen kannst du dieses KPI nun in all deinen Reports einsetzen, in denen du eine neue Zeile hinzufügst und dann den Punkt KPI auswählst. Zum anderen kannst du sie dir grafisch in deinen Dashboards anzeigen lassen. Dazu erstellst du im Dashboard deiner Wahl ein neues Widget, in dem du die Vertriebskosten als zugrunde liegende KPI auswählst. Wenn wir an diesem Beispiel einfach ein bisschen weiter arbeiten wollen, dann könnte es sein, dass wir die Daten nicht auf Kostenstellen heruntergebrochen sehen möchten, sondern einfach die monatliche Entwicklung unserer Vertriebskosten für das gesamte Jahr 2021. Im Anschluss können wir aus verschiedenen Typen für unseren Graphen auswählen oder auch diverse Filter setzen. Zum Beispiel können wir gewisse Zeiträume ausschließen, uns nur auf gewisse Kostenstellen oder bestimmte Debitoren Kreditoren konzentrieren. Ganz so, wie du deine Grafiken dargestellt haben möchtest. Zum Schluss nochmal der Hinweis darauf, dass, wenn du Fragen hast, ob ein bestimmtes Szenario in Helu umsetzbar ist, wir dir gern für eine Demo oder eine persönliche Beratung zur Verfügung stehen. Ich hoffe ich konnte dir eine gute Einführung darin geben, wie du unsere vier Standardberichtsarten einsetzen kannst und was damit grundlegend möglich ist.